Hey Leute, mein Name ist FramSF, ich bin Let's Player auf YouTube und spezialisiere mich mit meinem Kanal auf Indie Games. Indie Games kennt doch manche, Minecraft, The Binding of Isaac, das sind so größeren Titel, die kennt vielleicht die meisten von euch, aber kennt ihr auch Twine oder Trauma? Ne, bestimmt nicht, das spiele ich zum Beispiel und das zeichnet mich auch ein bisschen aus mit meinem Kanal, dass ich Spiele spiele, die keiner kennt oder kaum jemand kennt und aktuelle Projekte sind Minecraft, Minecraft TechEd und Tiny&Big. Ja, mein Kanal ist schon seit langer Zeit ziemlich Minecraft-lastig, ich versuche immer da ein bisschen runter zu kommen, aber TechEd ist einfach super. Muss man sagen, TechEd ist toll. So, ich Let's Player seit einem Jahr, habe ich schon gesagt, glaube ich, kann sein, und ich lege bei mir sehr viel Wert auf Mikrofon oder Videoqualität oder alles, weil, ja, das ist mir einfach wichtig. Ist einfach so, ne. Und neben den Let's Player mache ich auch noch Designs und Logos für YouTuber und so weiter und so fort, das ist eines meiner größten Hobbys und das war's von mir. Ciao. Ja, jetzt stelle ich mich auch mal vor, mein Name ist DJ Sichelcore, mit anderen Worten auch Chris oder VDX genannt, Chris ist Real Life, ähm, ja, und, ja, wie alt bin ich? 20 Jahre, im November werde ich 21, komme aus dem nordhessischen Städtchen Kassel. Ja, Let's Play ist seit knapp zwei Jahren, der Kanal gibt es aber schon seit 2009. Was für Let's Plays? Okay, Let's Plays aller Art, jede Genre ist vertreten. Was mache ich noch? Commentaries, Tutorials, Let's Test und Kanalvorstellungen. Und, ja, den Kanal, also sprich die Designs, Intros und die Thumbnails, alles selber von mir gemacht. Ich hab da keinen gefragt, weil ich mach das aus Hobby und Spaß dran. Ich setz auch viel Zeit da rein und hoffe mal, dass ich jetzt, äh, die 60 Sekunden einigermaßen gut geschafft habe. Wenn nicht, ist auch nicht dramatisch, weil das sollte man innerhalb von einer Minute machen. Und, ja. Bis zum nächsten Mal.